Wie wäre es, wenn man als Folterknechtslehrling auf der Erde aufwächst, in einer so fernen Zukunft, dass die Sonne schon zu erkalten beginnt und dann aus dieser Gilde, in der man da aufwächst, auch noch rausgeworfen wird? Ja, wen die Antwort auf diese vielleicht etwas ungewöhnliche Frage interessiert, der muss das Book of the New Sun von Gene Wolfe lesen. Das ist ein absoluter Klassiker der Science Fiction aus den 80er Jahren. Es ist relativ bald auf Deutsch auch übersetzt worden im Heine Verlag. Die ersten beiden Bände, Shadow of the Torturer und Claw of the Conciliator, die heißen dort Der Schatten des Folterers und Die Klaue des Schlichters, wenn ich mich nicht täusche. Soweit ich weiß, ist die deutsche Übersetzung aber momentan irgendwie vergriffen. Also man kriegt es nicht mehr in Papierform, vielleicht noch als E-Book. Und wir machen es wie immer. Ich erzähle erst was über Gene Wolfe, den Autor. Dann gibt es eine kurze Plot Summary, also Spoiler frei. Dann gehen wir in den Deep Dive, schauen uns Sprache, Plotstruktur, Charakterentwicklung und Worldbuilding an und am Ende ein kleines Fazit, ob sich das Buch zu lesen lohnt. Myth Critic ist ab sofort auch auf Patreon. Da bekommt ihr dann Zugang zu einer High Fantasy Romanze, an der ich gerade schreibe und wo es wöchentlich neue Installments gibt, könnt ihr bei einer Study Group mitmachen, die sich zweimal im Monat über Zoom trifft und wo wir die großen Klassiker der Fantasy zusammen lesen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt und den Kanal vielleicht auch ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut gerne auf Patreon vorbei. Ich würde mich freuen. Gene Wolfe ist Jahrgang 1931. Er ist in New York geboren, aber in Texas aufgewachsen, war Kriegsveteran im Koreakrieg, hat dann einen Abschluss in Mechanical Engineering an der Universität in Houston, Texas gemacht. Er ist erst viele Jahre als Ingenieur gearbeitet und ist dann 1972 Lektor bei der Zeitschrift Plant Engineering geworden. Er hat dann ab seiner Pensionierung 1984 angefangen, Vollzeit zu schreiben und so ziemlich alles an Preisen gewonnen, was es irgendwie in der Fantasy zu gewinnen gibt. Und hat bis zu seinem Tod 2019 mit seiner Frau in Illinois gelebt. Also er hatten drei Töchter miteinander und soweit ich weiß, waren die Zeit seines Erwachsenenlebens schon zusammen. Soviel mal zu Gene Wolfe. Ja, worum geht es? Die Handlung ist, finde ich, sehr schwer zusammenzufassen, ohne dass man jetzt alles spoilert. Beziehungsweise Spoiler wären, glaube ich, in dem Fall auch nicht so schlimm, da jetzt wenige Wendungen in dem Buch passieren, die so alles entscheidend sind. Also dass es da jetzt einen Plottwist gibt, der so Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist oder sowas. So ist das Buch eigentlich nicht aufgebaut. Also das ganze Augenmerk liegt hier eigentlich auf der Ausführung, auf dem Wie, das inszeniert ist und nicht so sehr auf dem, was jetzt genau passiert. Das Szenario ist ein Zukunftsszenario. Die Erde in einer wirklich weit, weit, weit Millionen Jahre weit entfernten Zukunft. Die Sonne ist am Erkalten. Die Sonne ist kalt. Verstaunt er was. Und die Menschheit hat schon den Weg zu den Sternen angetreten, ist aber jetzt eigentlich wieder auf ein relativ niedriges Niveau vergleichsweise zurückgefallen. Und der Ich-Erzähler Severian, der schreibt aus der Rückschau und beschreibt zunächst mal seine eigene Kindheit. Er ist ein Weise und wächst in der Zitadelle auf. Also es ist so ein riesiger, burgartiger Bau, also wo jetzt nicht nur seine Gilde untergebracht ist in dem Turm, sondern noch alle möglichen anderen Türme und Bauten mit anderen Professionen. Also Hexen, Tierbändiger, was es nicht alles gibt. Alles findet sich da in dieser Zitadelle. Und die erste Hälfte des ersten Buches erzählt er vor allem von seinem Alltag da in der Gilde. Relativ am Anfang des Buches noch, das ist eigentlich fast die erste Szene, also da rettet er mehr oder minder mir nichts, dir nichts. Ohne, dass man überhaupt wüsste, wer diese Person ist oder wie er von dem gehört hat, da rettet er so einen Rebellenführer das Leben, der versucht, auf dem Friedhof der Zitadelle eine Leiche zu stehlen. Ja, also man fragt sich auch, woher kennt er den jetzt? Also entweder habe ich es nicht kapiert oder es wird einfach nicht offenbart. Dann kommen viele so Episoden, die einfach so beschreiben, wie er da als Lehrling lebt etc., wie der Alltag der Novizen ist etc. Gute Zeit später, als er schon so, ich würde sagen, Anfang 20 ist oder so, da ist dann das bedeutendste Erlebnis, dass eine hohe Adlige eingekerkert wird. Also die Folterer müssen immer so Masken tragen, wenn sie mit ihren Klienten, wie das in dem Buch heißt, interagieren müssen. Durch einen Formfehler. Er ist da selber noch Lehrling und der andere ist schon, wie sagt man, Geselle. Also dieser Geselle macht einen Fehler und so sieht diese Adlige sein Gesicht, als er ihr, ich glaube, was zu essen bringt oder was. Sie bittet daraufhin darum, dass er so quasi ihr Gesellschafter wird, weil sie halt zu ihm ein gewisses Vertrauen hat, weil er nicht so ein unpersönlicher Maskierter ist, sondern sie eben sein Gesicht kennt. Und das gesteht die Gilde auch zu, weil sie kriegt sehr viele Privilegien, weil bei ihr nicht klar ist, ob sie vielleicht noch freigesprochen wird oder ob sie dann am Ende doch exekutiert werden soll. Das führt dann auch dazu, dass Severian ihr Liebhaber wird. In dieser Zeit wird er dann selber zum Gesellen. Direkt danach kommt der Befehl zu ihrer Hinrichtung durch ein Gerät, das heißt The Revolutionary. Also und dieses Gerät kanalisiert den Selbsthass, den eine Person für sich empfindet, so sehr, dass die Person anfängt, so autoaggressiv zu werden. Also sie kann ihre Autoaggression nicht mehr im Zaum halten und begeht dann so quasi über Wochen hinweg einen langsamen Selbstmord, während diese Autoaggression immer weniger im Zaum gehalten werden kann. Severian schmuggelt ihr dann aus Mitleid oder aus Liebe ein Messer in die Zelle und verhilft ihr dadurch zum Selbstmord und wird daraufhin als Strafe aus der Zitadelle verbannt. Und soll Henker in der Stadt Thrax im Norden werden, also weil die Gilde sagt, also wir können dich jetzt nicht hinrichten dafür, weil dann müssten wir selber einen Fehler eingestehen. Also es ist sozusagen politisch jetzt nicht opportun. Sie können auch nicht nichts machen und so schmeißen sie ihn raus und er wird dann eben zum Henker in Thrax bestellt. Und die zweite Hälfte des ersten Buches beschreibt seine Erlebnisse vom Aufbruch aus der Zitadelle, bis er dann am Stadttor ankommt. An dieser Stelle ein ganz kleines Insert mit einer Bitte. Viele von euch sagen ja immer wieder so, hey, ich habe jetzt wegen dir dieses und jenes Buch gelesen. Das freut mich auch immer total. Nur fast niemand von euch benutzt die Affiliate-Links, die ich immer in die Videobeschreibungen poste. Also ihr würdet dem Kanal wirklich massiv helfen, wenn euch ein Buch interessiert, das ich euch vorstelle. Wenn ihr sie dann über diese Links bestellt, da wäre ich euch super dankbar. Damit ist die Schleichwerbung auch schon wieder vorbei. Und wir gehen in den Deep Dive. Also ab jetzt Spoiler Warning, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass euch Spoiler nicht stören oder ihr das Buch eben schon kennt. Ja, zur Sprache. Da muss ich wirklich sagen, es ist ein Meisterwerk. Es ist so unglaublich perfekt sprachlich. Also da sitzt jedes Wort. Gene Wolfe hat einen unglaublich reichen Wortschatz. Also dass ich mal wieder regelmäßig auf jeder Seite fast was nachschlagen musste. Also ich weiß nicht, wie lange ich das nicht mehr hatte. Also locker 15 Jahre her oder sowas, wenn nicht länger. Ich dachte teilweise, weil die Worte so fremdartig waren, dass er irgendwelche Neologismen benutzt, um die Konzepte und Gegenstände dieser Welt einzufangen. Aber das ist nicht so. Also er sagt im Nachwort ganz klar, dass er keine Neologismen benutzt hat, sondern er eben Begriffe, die man aus der Sprachgeschichte kennt, verwendet hat, um die Konzepte oder Vorkommnisse, Ränge etc. in seiner Welt zu beschreiben. Also zum Beispiel für Soldaten benutzt er das Wort Peltast, Peltasten im Deutsch, glaube ich, was leicht bewaffnete Truppen im alten Griechenland waren. Ja, hatte ich bis dahin, obwohl ich Griechisch im Leistungskurs hatte, noch nie gehört. Also wenn ihr nicht deutlich besser Englisch könnt als ich, dann werdet ihr da wahrscheinlich auch, wenn ihr es im Original lest, das eine oder andere Wort nachschlagen müssen. Er spielt ähnlich wie Tolkien eigentlich mit dem Konzept von einer Übersetzung, weil dieser Text ist ja, den muss man sich ja vorstellen, dass er Millionen Jahre in der Zukunft geschrieben wird. Also er wird aus der Ich-Perspektive von Severian als seine Autobiografie geschrieben und er übersetzt diesen Text, den es aber noch gar nicht gibt und dessen Konzepte jetzt für die heutige Zeit sozusagen wie so rearchaisiert werden müssen. Also ich meine, allein über dieses Nachwort könnte man wahrscheinlich schon so eine eigene Doktorarbeit schreiben. Dass Severian ein unzuverlässiger Erzähler ist, ist relativ schnell klar. Tolkien spielt ja auch damit, dass er der Übersetzer einer Version des sogenannten Roten Buchs der Westmark ist, also was ja die Tagebücher von Bilbo und Frodo sind, die dann noch um Stammbäume und philologisches Material und 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 erweitert wurden. Und bei Tolkien ist es aber wirklich mehr so eine Spielerei, habe ich das Gefühl. Also so mit diesem Fog of Philology, mit dem es der Philologe, der Altphilologe einfach immer wieder zu tun bekommt. Ja, dass in einem Manuskript zwei Strömungen eingeflossen sind aus unterschiedlichen Zeiten, die dann so gewisse Inkonsistenzen ergeben. Ja, also zum Beispiel, dass es immer heißt, die Elben reiten ohne Sattel, aber dann sitzt Frodo auf dem Pferd von Glorfindel und hat da auf einmal Zaumzeug und Steigbügel. Da sieht man so den Philologen, wie er damit spielt, so okay, das eine Manuskript sagt das, das andere Manuskript sagt das und es wird einfach zusammen gedampft. Bei Tolkien habe ich immer das Gefühl, es ist eine Spielerei. Hier haben wir es mit einem völlig anderen Biest zu tun. Da sind so viele Schichten übereinander von Unzuverlässigkeit beim Erzählen. Also wie gesagt, der Severian sagt immer, ja, er hat ein fotografisches Gedächtnis, er vergisst überhaupt nichts. Also jedes kleine Detail aus seiner Biografie ist ihm noch genauso präsent wie damals, als es passiert ist. Und dann, der muss dann nur in diese Erinnerungsstränge abtauchen und muss dann eher schauen, dass er wieder zurückfindet. Und dann ist es so, dass Details aber trotzdem so ein bisschen foggy sind, sozusagen so nebulös und man nicht weiß, hat er es jetzt doch vergessen? Oder schreibt das jetzt bewusst irgendwie so, dass man die Szene nicht ganz nachvollziehen kann? Und dann ist es eben so eine Tradierung von einem Text aus der Zukunft, was ja eh schon absurd ist. Und dann noch aus einer wirklich unendlich weit entfernten Zukunft. Und Gene Wolfe spielt dann auch noch damit, dass er eine Danksagung persifliert, wo er sich bei Leuten bedankt, die in Materialien und Dinge haben sehen und benutzen lassen, noch gar nicht existieren. Also es ist so, so vielschichtig. Der Text liefert dir nicht eine Beschreibung der Welt, die irgendwie greifbar ist oder sowas oder zuverlässig. Dass du am Ende da sitzt und denkst so, ja, hm, was habe ich jetzt hier eigentlich gerade gelesen? Und das ist auch so ein bisschen meine Anfrage dran so, ja, ist es dann nur frivol? Ist es nur eine Spielerei? Also ich bin mir da nicht ganz schlüssig, wie das zu interpretieren ist, diese Schichten um Schichten um Schichten der Unzuverlässigkeit. Also wenn da einer von euch eine Idee hat, dann teilt sie gerne mit mir in den Kommentaren. Weil ich muss sagen, mich hat es so ein bisschen überfordert, beziehungsweise ich bin mir nicht schlüssig geworden, was das dann noch genau soll. Jetzt zum Plot. Es ist schwer, von einem Plot im klassischen Sinn zu sprechen. Es gibt keine wirkliche Heldenreise. Also Savarian ist auch in dem Sinn kein Held. Er ist, wie gesagt, ein unzuverlässiger Erzähler. Trotz seines angeblich perfekten Gedächtnisses wissen wir halt nie genau, was hat sich da wirklich zugetragen? Verschleiert er da gerade was? Wenn ja, warum? Also er macht ja auch einen Vorgriff im ersten Buch und sagt schon, er ist ja dann selber autarch geworden. Also quasi Kaiser oder God Emperor. Dieser Welt. Er hat auch keine wirkliche Queste, als er dann da rausgeschmissen wird bei den Folterern, sondern er will halt nur diese Stadt Thrax erreichen, um da dann halt seinen Auftrag nachzukommen. Das ist alles schon mal etwas ungewöhnlich verglichen mit herkömmlichen Fantasy-Romanen jetzt zumindest mal. Beziehungsweise was man dazu sagen muss, also es ist ihm schon wichtig, diese Stadt zu erreichen, weil er schon das Gefühl hat, er muss Sühne leisten dafür, dass er gegen die Prinzipien seiner Gilde verstoßen hat, indem er da seine Geliebte gerettet hat. Also nach unserem moralischen Empfinden ist es ja eh absurd, weil er ja aus Mitgefühl zum Selbstmord verhilft. Also für ihn wiegt es unglaublich schwer, dass er dagegen seinen Eid verstoßen hat und er hat eben auch das Gefühl für dieses Verbrechen sozusagen, dass er begangen hat, Sühne zu leisten. Also er sagt auch zu dem Meister da in seiner Gilde, ja also richtet mich mit demselben Ding hin, mit dem er sie hingerichtet hätte. Also es ist schon klar, dass er da dran trägt an dieser Entscheidung, aber wir erleben in den ersten beiden Büchern nicht mal, dass er da überhaupt hinkommt in diese Stadt, um diese Sühne dann leisten zu können. Dieses Thema, dass er jetzt da autarch wird, also Kaiser, das ist jetzt aber nichts in dieser Welt, wo ich so das Gefühl hatte, dass man darauf irgendwie hinfiebert mit ihm und sagt, ach wenn er doch jetzt endlich dieses Ziel erreichen würde. Also es ist jetzt also nicht so wie bei Conan, der immer versucht, da irgendwie in dieser gefährlichen, feindseligen Welt da des Hyborian Age endlich eine saturierte Situation zu erreichen und mit dem man sich dann auch irgendwie freut, als er dann tatsächlich mal schafft, sich auf einer hohen Stufe als König von Aquilonia dann zu verankern. Also das Buch ist so crazy einfach, dass man sich denkt, ja gut, dann würde halt auch noch Kaiser von mir aus. Zumindest mit mir hat es nichts gemacht, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht gedacht habe, okay, ich hoffe, der Saverian wird jetzt Kaiser für die Welt, dass er dann irgendwie ein besserer Herrscher wäre oder so. Also diese Welt ist so chaotisch, dass man so denkt, ja mein Gott, wenn da jetzt jemand anderes auf dem Thron sitzen würde, dann würde sich auch nichts ändern. Auch das ist jetzt was, was für mich den Plot nicht wirklich strukturiert hat, diese Perspektive. Und er begegnet ja dann auch nochmal Vodalus, also diesem Typen, den er da am Anfang das Leben rettet, dem Rebellenführer. Diese Begegnung wirkt wieder so total random irgendwie. Also man hat das Gefühl, die Reise hätte ohne diese Begegnung genauso weitergehen können. Und Vodalus lässt ihn dann auch in den Treueid schwören und vollzieht so ein kannibalistisches Ritual mit ihm. Also das ist so ein Sekret von so einer Drüse, von so einem außerirdischen Viech, das irgendwie jetzt auf der Erde endemisch geworden ist. Also wenn man das konsumiert und dann das Fleisch von einem Toten isst, dann bekommt man dessen Erinnerungen. Und um den Severian eben enger an sich zu binden, also so zumindest habe ich die Szene gelesen, lässt er dann also die Tekla, seine Geliebte, der er da zum Selbstmord verholfen hat, exhumieren und vollzieht mit ihm dieses Ritual. Also diese Messe, Severian hat ab diesem Moment nicht mehr nur seine eigenen Erinnerungen, sondern eben auch die von Tekla. Viele Episoden in dem Buch, die muten so völlig willkürlich an. Also er rettet zum Beispiel mal als Junge einen Hund und pflegt ihn gesund. Der Hund läuft dann aber weg und kommt auch nicht mehr wieder und besucht ihn nur zweimal im Traum. Und auch die Tatsache, dass er dann diese Claw of the Concilator findet, also diesen Edelstein, dem wirklich schon ziemliche Macht gibt. Also er kann dann so Monster kontrollieren in so einem Gebirgsstollen und kann manchmal so Spontanheilungen damit machen. Auch das wirkt irgendwie sehr unmotiviert. Man merkt so quasi, es ist schon irgendwie was Besonderes an ihm, aber in dieser völlig chaotischen, wirren Welt scheint es nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Also die Welt ist irgendwie so groß und chaotisch, dass auch ein klassischer Heros, in der nichts ändern zu können scheint. Und er ist ja noch nicht mal ein klassischer Heros. Auch als man dann am Ende rausfindet, ja der Autarch und Vodalus, die kommunizieren eigentlich die ganze Zeit miteinander und arbeiten einander so quasi zu. Was für mich so, ja und, das macht jetzt das Graut irgendwie auch nicht mehr fett. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit das Gefühl hatte, der Severian ist jetzt drauf und dran, da mit dem Vodalus irgendwie ein ganz fieses, tyrannisches Regime zu stürzen oder sowas. Sondern es ist halt so, ja okay, es ist noch eine weitere Information so quasi, die diese komplexe, chaotische Welt halt noch komplexer und chaotischer erscheinen lässt. Es wird ein sehr komplexes Spiel mit der erzählten Zeit getrieben in dem Buch. Ich habe mich gefragt, soll das diese Zeitverzerrung über diese Jahrmillionen widerspiegeln? Weil erst werden in der ersten Hälfte des ersten Buches, werden wirklich Jahrzehnte erzählt und dann in der zweiten Hälfte wirklich nur ein einziger Tag. Also da, also von dem Moment, wo er aufbricht bis zum Stadttor oder sind es zwei Tage, ich weiß nicht mehr, also eine extrem kurze Zeit, die dann wirklich ja fast fotorealistisch jede einzelne, jede einzelne Episode erzählt wird. Also auch daraus bin ich nicht wirklich schlau geworden. Und dann gibt es auch sehr viele so Geschichten in der Geschichte. Also er erzählt, was Tekla ihm erzählt, dass eine Freundin ihrer Schwester über den Hofmagier des Autarchen erzählt hat, zum Beispiel an einer Stelle. Also es ist so, so von hinten durch die Brust ins Auge und es gibt immer noch eine weitere, einen weiteren Winkel und eine weitere Brechung der Erzählung. Und man fragt sich am Ende halt so, okay, was habe ich jetzt hier gerade nochmal gelesen? Was soll ich mit dieser Information anfangen? Und wie ernst kann ich sie überhaupt nehmen, weil es eben so oft gebrochen ist? Wenn ich Haare hätte, würde ich mir meine nicht vorhandenen Haare ausraufen. Was super witzig ist, ist zum Beispiel auch, es kommt dann mal so ein Theaterstück, er schließt sich dann mal so eine Theatertruppe an, wo er dann auch selber zum Schauspieler wird. Dann spielen sie so ein Stück, was so eine Amalgamierung der Argonautensage und der Geschichte von Theseus und dem Minotaurus ist. Und wo man sich so denkt, so ja, ja, okay, so könnten sich über die Jahrtausende und Jahrhunderttausende, also quasi diese Geschichten so nach und nach weiterentwickeln und verformen. Als heutiger Leser erkennt man sie natürlich wieder, aber man kann natürlich sozusagen zurückschauen. Es ist halt immer dieser Move, wie in den Sherlock-Holmes-Büchern auch zum Beispiel, dass der Leser immer ein bisschen mehr checkt als Dr. Watson. Holmes hat natürlich alle Fäden in der Hand und checkt alles und erklärt Watson immer alles. Watson ist aber so doof, so quasi, dass man als Leser sich immer ihm so ein bisschen überlegen fühlen kann, weil man die Verbindungen schneller herstellt als er. Und so ist es da auch so ein bisschen. Also, dass man als Leser natürlich diesen Konnex zur Vergangenheit noch hat, den die Figuren nicht mehr haben. Und drum bekommt man so ein gewisses Überlegenheitsgefühl. Aber das ist ja auch wieder, also da dreht einem Gene Wolfe ja auch wieder nur eine Nase, weil das Ganze natürlich ein rein fiktionales Szenario ist. Zur Charakterentwicklung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wie die Welt in dem Buch von den Jahrmillionen erdrückt wird, die auf ihr Lasten, wird der Hauptcharakter von seinen Erinnerungen erdrückt. Also er berichtet halt immer wieder, dass er in diesen Strom der Erinnerung gerissen wird und den Bezug zur Realität verliert. Das macht ja diese perfekte Erinnerung, die er angeblich hat, auch schon wieder fragwürdig, weil er ja selber uns dadurch so quasi durch die Blume sagt, ich habe eigentlich gar keinen konkreten Realitätsbezug. Also was schon durchaus glaubwürdig ist, ist diese Entwicklung, wie sie geschildert wird, von ihm als einem Jungen, für den diese Gilde, in der er da aufwächst, halt seine ganze Welt ist, hin zu einem jungen Erwachsenen, der aus Liebe mit dieser Gilde bricht, aber ihr dennoch treu bleibt. Wie gesagt, es ist nicht schuldlose Schuld, also zumindest nicht nach unserem moralischen Verständnis, also weil er ja eine Unschuldige rettet, aber es ist so quasi eine unmögliche Entscheidung, eine tragische, unmögliche Entscheidung. Er sagt, ich muss mich entweder für meine Welt, mein ganzes Herkommen, mein Framework, in dem ich aufgewachsen bin, entscheiden oder dafür halt moralisch das Richtige zu tun. Er entscheidet sich richtig, aber die Konsequenzen dieser Entscheidung holen ihn halt auch sofort ein. Also ich finde, dass er dann noch die Erinnerungen von ihr noch zusätzlich bekommt durch dieses Ritual, das hat so ein bisschen für mich sich wie ein Plot-Device angefühlt, dass er halt diese Informationen dann über das Leben am Hof bekommt, dann Informationen hat, die er dringend braucht, um sich da richtig verhalten zu können. Also da hätte ich jetzt eher damit gerechnet, dass ihn sowas wirklich tief, tiefgreifend verändern würde. Das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl, es war dann eher wie so ein Wikipedia, das er hochgeladen bekommen hat, sodass er sich halt in diesem Palast und so besser auskennt. Also es ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich eher schwach fand, aber es kann auch gut sein, dass ich was übersehen habe. Auch die anderen Figuren in dem Buch sind absolut spannend. Also da gibt es zum Beispiel Jonas, also den lernen sie ganz am Ende des ersten Bandes kennen. Und also in Band 2 ist er dann größtenteils der Weggefährte von Severian. Also der ist ein Android, der bei einem Absturz, glaube ich, ziemlich übel zerstört wurde und den sie dann mit menschlicher Haut und Organen und so gepatcht haben. Das ganze Buch über denkst du immer, er ist ein Mensch, der halt so ein paar kybernetische Implantate oder sowas hat und dann stellt sich raus, nee, das ist ein Android, der mit menschlichen Körperteilen wieder auf Vordermann gebracht wurde. Da gibt es Dorcas, das ist ein junges Mädchen, das ihr Gedächtnis verloren hat, passendes Gegenstück zu Severian und das er in einem Stadtpark da bei seinem Aufbruch dann aus dem Wasser zieht und das ihm ab da nicht mehr von der Seite weicht und die dann auch seine Geliebte wird. Dann gibt es noch Dr. Tellers und den riesen Baldanders. Also er ist schon ein Mensch, aber halt wirklich wahnsinnig groß. Also wir müssen ihn wahrscheinlich uns weit über zwei Meter groß vorstellen. Also so, keine Ahnung, 220 oder sowas vielleicht und unglaublich breit. Und die versuchen als Schauspieler, eben als Schauspieltruppe Gold für den Wiederaufbau ihres Palastes in so einer abgelegenen Provinz zu sammeln, wo man aber auch ganz klar lunterriecht, dass das mit diesem simplen Motiv nicht sein Bewenden hat. Das wird aber auch nicht aufgeklärt. Also zumindest nicht in diesen beiden Bänden, was die eigentlich wollen. Also wildes Diorama auch von Figuren, mit denen wir es hier zu tun haben, die auch so die Wege von Severian manchmal kreuzen, dann läuft es wieder auseinander, dann läuft es wieder zusammen. Also auch das ist sehr, sehr wild und unvorhersehbar irgendwie. Und mir jetzt auch nicht ganz klar, welchem Prinzip es folgt, muss ich bisher sagen. Zum Worldbuilding. Das ist wirklich eine immense Leistung. Das ist sicher auch der allerbeste Aspekt des Buchs und vermittelt unglaublich gut den Eindruck von einer Welt, die einfach unter dem Gewicht des eigenen Alters am Zusammenbrechen ist. Alles wirkt alt, schäbig, chaotisch, beliebig. Und es wird die ganze Zeit mit so einem Motiv gespielt, mit so einem christologischen Motiv, dieses Seht, ich mache alles neu. Es heißt eben genau deshalb The Book of the New Sun, weil eben das Kommen einer neuen Sonne prophezeit ist, die dann eben ein neues Zeitalter einleiten soll oder einläuten soll. Nur die Erlösung von außen sozusagen, nur so ein Eingriff von außen, scheint dieser Welt irgendwie noch helfen zu können, hat man das Gefühl. Auch die Darbietung, also dieses Ineinander von mittelalterlichem und futuristischem ist ungeheuer gelungen, finde ich. Das ist eine völlig einzigartige Darstellung, eine völlig einzigartige Welt. Ich finde diesen Entwurf schon aufgrund seiner schieren Größe wahnsinnig beeindruckend. Also schon von daher, finde ich, lohnt sich das Buch auch. Jetzt zum Fazit. Es ist für meine Begriffe ein absolutes Must-Read, aber für einmal lesen war es mir zu hoch. Ich habe das Gefühl, dass mir wirklich wesentliche Sachen noch entgangen sind und ich das sehr sorgfältig nochmal lesen muss, um dahinter zu kommen, was da so alles drinsteckt. Und ich vermute, mit einem Lesen wird es nicht getan sein. Die Leseerfahrung vom letzten Jahr, mit der ich es vielleicht am ehesten vergleichen würde, war die von Gormengast. Wenn euch meine Gedanken zu Gormengast interessieren, dann blende ich euch die hier nochmal ein. Also das ist dann die Verlinkung zu der entsprechenden Rezension dazu. Das war sowas völlig einzigartiges und andersartiges, das mich dann aber auch teilweise frustriert hat, wo ich mich so ein bisschen von dem Buch auch ein bisschen verarscht gefühlt habe teilweise. Hier ist es ganz anders. Hier ist es auch so, dass ich teilweise davor gesessen bin und mir gedacht habe, what the fuck, ich check gerade überhaupt nicht, was hier los ist und warum er das jetzt so macht, wie er es macht. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich habe noch nicht genau hingeschaut. Also ich müsste nur mehr Steine umdrehen, dann würde ich wahrscheinlich draufkommen und es gibt einen Payoff dafür. Ich kann euch leider momentan nicht mehr bieten. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Buch ist, zu dem ich vielleicht wirklich einfach nochmal eine Rezension mache, wenn ich es nochmal gelesen habe. Aber jetzt stehen erstmal Band 3 und 4 auf dem Programm bei mir. Also auch auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Ich kann es euch, wie gesagt, nur wärmstens ans Herz legen, aber seid auch gewarnt. Also es ist wirklich, wirklich keine einfache Lektüre. Damit will ich es bewenden lassen, was das Book of the New Sun angeht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr dem Kanal nicht schon folgt, dann abonniert ihn gerne für mehr dieser Art. Ceterum Censio, Heraldum Fingulum, Esset Elendum und bis zum nächsten Mal.